Verantwortung, Leben heißt hinschauen, heißt verstehen, bevor es zu spät ist. Weiß Kirchen, du wirst bald gänzlich umrundet. Der Lärm, er kommt dann von überall her. Ein jeder kann fortan, wunderbar sausen und um dich herum im Volldampf brausen. Der Norn, das Strut, welchen sie gehen in die Knie, so schlimm war es halt für Reißkirchen noch nie. Das letzte Refugium wird zur Geschichte. Der Mensch, das Tier, gehen langsam zunichte. Eine Wildtierbrücke macht sich richtig gut. Reh und Wildschwein kochen vor Wut. Baue, 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 egal wie und beruht. Eine gigantische Brücke zwischen Ort und Autobahn. Sie wird zum Albtraum, wir zum Wahn. Sie wird zum Monster über unsere Eisenbahn. Denn sie erlaubt nicht mehr, elektrisch zu fahren. Was die Leute alles wollen, die Hessen Mobil kommt ins Grollen. Den Fernradweg leiten sie einfach um. Die radelnden nehmen's bestimmt nicht krumm. Ansonsten nehmt doch die Eisenbahn. Ach, Pech, da gibt's nur eine Schiene zum Fahr'n. Und ihr sucht Bahnhöfe in nem kleinen Ort. Geh fort, geh fort, geh fort, geh fort, geh fort. Wer aber brachte es alles so weit, ist doch die Umfahrung ne Bürde aus der Vergangenheit. Die Natur und die Zukunft, sie schreien vor Qual, sind euch die Realität und das Morgen, denn ganz egal. Die realen Durchfahrtszahlen, sie schrumpften. Die Zahlen, Prognosen, leiden nicht. Reiskirchen braucht sein letztes Stück freie Natur. Straßenbau wieder besseres Wissen, ist nicht klug, sondern stur. Das ist nicht klug. 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 Vielen Dank.